ja sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut finde ich gut ja ja mal nix ist doch mal nix ich habe schon nehmen auch den immer eine window capture was soll es muss ich doch nur capture nehmen das heißt nicht 16 zu 10 aber scheiß drauf so feiern laut dem position glaube ich ja doch oder doch nicht er habe ich doch nicht gespräch auswegt tun was kaputt warum also eigentlich läuft doch noch alles ich merke gerade ich meine karte haben gedrohte frames 1,16 getropte frames okay normal es müsste eigentlich sich jetzt wieder als beruhigt haben und zumindest mal sagen wir ich war doch schon im gerade alles schwarz weiß ich wieder zuguckt habe jetzt aber wieder als okay oder hoffentlich ja ich habe nur das spiel gewechselt daher das habe ich habe ich war doch schon in der pp will jetzt warum mal一起 gespräche jetzt mann in die dow revista gegeben die 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 doch heute mich da wieder durchkämpfen durch einen scheiß blöden kranton ich nehme teuren pp wenstens ja gut sowas nervig ist das hat mich wieder durch die scheiß blöde gebiet kämpfen ich krieg die kotze habe ich ja eine pfp vor allem kotz hier so hat das ist lustig ich bin weil ich mich nicht gespeichert die idiot man manchmal reicht mich auch nicht was geht das trifft doch mal ein lassen nicht die ppp absaugen man ja sind diese treffer hatten in den spiel die machen das unnötig schwerer als es sein muss ein wenn es ein ist ein tpp ständig absaugen nervig ich finde es gut dass man das im vorbild spielen kann auch wenn es in der capture ist aber ich muss nur kurz hier hätte ziehen so wird das nicht anders ich hatte mit einem mit einem jahr schon geredet deswegen muss ich das jetzt nicht unbedingt noch mal machen daher kommt kommt ja toll ich hätte mir vielleicht doch mal ein paar dinge kaufen sollen ein paar die heißt ein paar er kommt wenn man dies also erkennungs dinge da erkennungs alle sachen irgendwie los da auch gott das ding steht er noch da ich merke gerade ich habe doch ich habe doch da habe ich denke ich habe gespeichert jetzt ich habe das mal gespeichert in herr pp wird die kotze spielzeit von 12.000 stunden weil ich zu blößen speichern bin typisch klein haben wir schon mal gehabt ich bin im volat im immer vergessen zu speichern egal egal und auf einmal zurück und hoffen dass wir es nicht von der weg sterben weil dann der wohl und geld ja doch geld habe ich dabei ist also das geht weil ich mal ablegen während das sind voller ja hallo das thema schon klar hat man schon gehabt klar ja 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 ich weiß dass du uns den fennstil in das ergeben möchte dass da kommen geht bevor ich mich irgendwie unnötig tötet so die 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 ich bei der gelingenheit noch mal schnell schlafen bevor ich jetzt erblickt geht ok ok und sogar noch ein level abbekommen block mich nicht die packen so der blog ein hier voll folge böse pappen store und das schild steht auch total blöd das müsste eigentlich auch irgendwie an das stehen dass man da nicht dran so speichern 93 ok ja 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 okay achte lab ich muss so viel der vater ich muss ja nicht mit geld umrennen wo es eigentlich auch beziehungsweise wenn ich wenn ich sterbe dafür die idee hefte von dem geld und das will ich nicht unbedingt und daher ja komm da habe ich an ist klar hallo apple kids ja 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 gott ja das hat man ja schon nicht mal alles vor und draußen die draußen liegt aber man ich spiel gerade mal zwei mal wieder ein bisschen von der skater mit gespielt aber also luft lust auf weil das so viel text wieder war das war ich überteile als ein charakter der glaube ich zehn minuten in der viertelstunde gebraucht ist der fertig war mit labern das gibt es doch nicht diese viecher zu müssen geben das war ein gutes level ab zu meinem kurs heilen danke ich hatte diese blühen wo weiß braucht sie ziehen so viel ab die team erstens sind sie die ganze zeit pp ab geduzt muss sie die pp weg alter oak komm ich habe jetzt schon hier system ja dreiviertel publi ja bauch alter hab ich viel pipi verbraucht und hier super und nur weil ich ihn gelaufen ich Ich hasse es. Ich hasse diesen Teil des Spiels. Der ist so eklig. Komm, mit dir haben wir schon geredet. Ich rede jetzt nicht doppelt mit den Leuten. So, ich würde jetzt gerne... Äh, warum block mich nicht. Ähm, wie viel Max-HP habe ich? 150. Ne, das lohnt sich noch nicht. No, sehe ja immer, was du spielst. Irgendwie lasse ich immer deinen Stream laufen, während ich meinen für morgen vorbereite. Fresh Dumbledore TV. Guten Name, hallo, willkommen ins Stream. Fresh Dumbledore, das ist ja eine Spielung bestimmt an, 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 an. So, Pencil Eraser. Ja, ich, ich sage immer irgendwie aus irgendeinem Gründen, warum auch immer, dass wir gerade spielen. Das habe ich mir irgendwie so angewöhnt. Was eigentlich totaler Blödsinn ist, weil es ja oben eben den Titel steht. Aber, naja, so, Photopoint. Dum, dum, dum. Pictos der Kenntnis, denn der ist nee. Ja, ja, kennen wir alle schon. Fassig, äh, 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 was ich bereits. Umländen, gewünscht. Gewünscht. Gewünscht, drogen mag ich zwar nicht, aber egal. So, jetzt wird es richtig eklig. Mit wie viel PP? 16 PP hier durch. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Und warum steht da ne... Oh ja, späterling, komm her, komm her, komm her, bleib da. Bleib da. Lärf mich nicht. Oh Gott. Oh Gott, das wird lustig. Das wird lustig. Oh, das stimmt ja. Ich hab ja eigentlich, war ich ja schon in Happy Happy Village, aber vergessen zu speichern. Und das muss ich den ganzen blöden Weg nochmal machen. Ich könnte ja versuchen, Gegner zu besetten. Aber so oft funktioniert. Eine Mobile Sword ist nicht so viel, ist nicht so schlimm. Das ist einfach nur da. Wenn gar dem Nevio, wenn gar dem Nevio sah. Nevio sah. Ja, hör doch mal auf, hier an der Flieger Spawn, ey. Es geht irgendwie schon besser, wenn ich keinen... Nein. Auf 2 PP, okay, das ist nicht ganz so schlimm. Ich bin jetzt aber auch wieder weg, aber ein nicer streamen und schau morgen wieder vorbei. Äh, ich weiß nicht, ob ich morgen streamen. Und der ist noch da, bis wo das ankommt. Sag mal, das gibt's doch nicht. Die blutschen mir die ganzen PP weg. Das sind so schlimme Gegner. Alter. Also ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich morgen streamen muss, ich gucken. Und ich morgen Lust hab dazu. Ich, wie normal, so eigentlich nicht. In letzter Zeit hab ich irgendwie so übelst Bock drauf. Weil ich auch die Spiele durchspielen will. Ja, ist einfach, weil ich gute Nacht. Nacht, dafür Scham, auch sehr gut. Das ist Schuss, glaube ich, für Paralyse. Das Ding macht zwar keinen, keine Verteidigung hoch, aber Schuss für Paralyse. Auch wenn es sich gar nicht gibt, die paralysieren können. Aber egal. Das Spiel gibt ein Alters, die man erst ungefähr 50 Jahre später im Spiel gebrauchen kann. Muss in der Schmittlinge, der ist weg. Ich hab so gebrauchen. Ich geh jetzt schnurstracks, glaube ich, lieber zum, zum, zum Dorf, damit ich mich heilen kann. Äh, ist hier. Ne, ne, weil ich mich in den Kreis gelaufen hatte. Äh. 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 Ah, ja, ich merke gerade, das ist es noch. Eingestellt. So. Hier ist es richtig eingestellt. Leer und war noch nicht, äh, window capture war noch nicht ganz unten. Nein, keine, keine bösen Bäume, keine explodierenden Bäume, absolut keine Bäume, die explodieren. Das ist böse. Das ist richtig böse. Black capture. Okay, Denny. Benutzen gleich mal auf ihn. Nom 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 nom. Ja, es ist in den Appalbon. Du 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 du. Äh. 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 Ich bin dann sowieso wieder dabei, wenn vielleicht auch nicht wieder die ganze Zeit muss ich gucken, je nachdem wie meiner Lust ist. Weil meistens, ich äh, meistens guck ich nie so ewig lang, ach Gott komm her, bevor du mir in den Rücken fällst, so ewig lange Streams am Stück irgendwie. Das ist, äh, deswegen low away. Ja, okay, gut. Gut, dass er nicht getroffen hat. Ja, komm, das, das nützt ihr, ist auch nicht mehr zu viel. So war ich halt ne halben Schaden, lass halt scheiß drauf. Ich guck nie, wenn so lange Streams sind, so am Stück, weil ich irgendwann irgendwie Lust selber bekommen zu spielen und dann, äh, nicht mal zugucken will. Das ist irgendwie, ach nein, das sind zwei Gegner. Super. Ähm, die können beide ordentlich austeilen. Ich will erstmal einen weg haben. Wir machen ein guter Hagen, nee. Vielen Dank.